Es gibt so Zahlen, die lassen einem oder zumindest mir das Blut in den Adern gefrieren, das ist jetzt speziell im Winter auch nochmal mehr, zum Beispiel eine Zahl, auf die wir vor dem Wochenende gestoßen sind. Die Zahl 335.000. So viele Menschen hatten im Jahr 2014 in Deutschland keine eigene Wohnung. Das sind also mehr Leute zum Beispiel, als Bonn Einwohner hat und auch ein Drittel mehr als noch 2010. Das ist aber auch nur eine Schätzung, diese Zahl, denn eine offizielle Statistik zu Menschen ohne Wohnung gibt es bundesweit nicht. Der Radiowissen-Reporter Peter Sawitzki hat sich das für uns mal angeschaut. Zunächst mal die Frage, Peter, wer hat diese Zahl, diese 335.000 ermittelt und was verbirgt sich dahinter? Also Markus, die Zahl 335.000 wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ermittelt, kurz BAGW. Das ist eine soziale Dachorganisation, zu der viele kommunale Wohlfahrtsvereine gehören. Und zu diesen 335.000 gehören nicht nur Menschen, die obdachlos sind. Da unterscheidet die BAGW sehr genau. Demnach ist obdachlos jemand, der tatsächlich kein Dach über dem Kopf hat, also auf der Straße übernachtet. Das geht in Deutschland ungefähr 40.000 Menschen so, was auch nicht ganz klar ist, weil diese Menschen natürlich schwer zu ermitteln sind. Die meisten der Wohnungslosen, also knapp 300.000, das sind diejenigen, die ohne eigene Wohnung auskommen müssen und dann in Notunterkünften oder bei Verwandten leben. Aber, wie gesagt, das ist eine vorsichtige Schätzung, denn es könnten auch noch einige mehr sein. Hat denn die Wohnungslosenhilfe auch eine Erklärung parat, woran es liegt, warum landen Menschen auf der Straße? Also die Bundesregierung sagt zumindest, dass das Ganze nicht an einem Mangel an Wohnungen liegt. Stattdessen soll das Ganze vor allem, Zitat, psychosoziale Ursachen haben. Also eher an familiären Schwierigkeiten, Suchtkrankheiten liegen. Thomas Specht, der Geschäftsführer der BAGW, hält das aber für Quatsch. Da muss man einfach kurz und bündig sagen, das ist wirklich Unsinn, weil die internationale Forschung nachgewiesen hat, dass der Hauptprediktor für Wohnungslosigkeit die Entwicklung am Wohnungsmarkt ist. Da gibt es sogar ökonometrische Studien, die diese Zusammenhänge zwischen Wohnungsknappheit und ansteigenden Obdachlosenraten zeigen. Und in diesem Zusammenhang lohnt sich zum Beispiel ein Blick auf die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland. 2013 gab es davon etwa 1,4 Millionen. Zehn Jahre zuvor war es aber noch eine Million mehr, also 2,4 Millionen. Und dass der Bedarf an Sozialwohnungen nicht unbedingt kleiner geworden ist, zeigt auch der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverband. Demnach ist jeder sechste in Deutschland direkt von Armut betroffen. Was auch daran liegt, dass immer noch viele Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten. Gleichzeitig, wie wir wissen, steigen die Mieten, speziell in den großen Städten, seit Jahren ja sehr deutlich. Und bei staatlich geförderten Wohnungen ist es ja so, dass sie das Mietniveau in den Städten ja durchaus senken können, als Gegengewicht sozusagen. Und es ist also durchaus naheliegend, dass es diesen Zusammenhang gibt. Zum einen zwischen steigenden Mieten, weniger Sozialwohnungen und auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen keine Wohnung leisten können. Wie ist es denn jetzt mit Flüchtlingen und Asylbewerbern, die ja zum Teil auch erstmal eben in irgendwie Sozialwohnungen oder in Flüchtlingsheimen untergebracht werden? Kommen die mit in die Statistik? Nein, die sind da nicht drin. Und zwar, weil sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, ganz gesondert um alle Statistiken zum Thema Asyl kümmert. Und bei Asylbewerbern ist es ja immer noch schwierig, ganz detaillierte Zahlen zu nennen. Laut Bundesregierung gab es Ende 2015 ungefähr 950.000 Geflüchtete in Deutschland. Und das waren solche, die als Geflüchtete anerkannt waren und auch diejenigen, bei denen der Status noch nicht entschieden war. Und die Wohnungslosenhilfe glaubt, dass bis zu 400.000 davon ohne Wohnung sind. Also in Notunterkünften, Turnhallen, Supermärkten, Leerstehenden und so weiter wohnen. Das heißt, zusammen mit denen, die in der wohnungslosen Statistik auftauchen, macht das momentan mehr als 700.000 Menschen, die nach günstigem Wohnraum suchen zurzeit. Ein Trick wäre natürlich bei der ganzen Sache, Peter, das zu verhindern, dass Menschen überhaupt erst ihre Wohnung verlieren. Hättest du da irgendwie noch was parat? Was kann man da machen? Was kann man unternehmen? Ja, einfach ist das nicht. Als einen Schritt fordert die Wohnungslosenhilfe, dass es erst einmal eine offizielle, klar dastehende bundesweite Statistik zu Wohnungslosen gibt. In NRW gibt es auf Landesebene so eine Statistik. Und es hilft, naja, in einem gewissen Umfang, kann man sagen. Denn dadurch, dass die Landesregierung die Daten sammelt, hat sie natürlich erst einmal einen ganz guten Überblick, wer seine Wohnung verloren hat und warum. Und dank dieser Daten lassen sich dann auf lokaler Ebene zum Beispiel ganz gezielt Programme zur Prävention von Wohnungslosigkeit erstellen. Da gibt es zum Beispiel so ein Projekt in Trostorf in der Nähe von Bonn. Das heißt, keine Kinder im Obdach, das auch vom Bundesland NRW mit aufgebaut wurde. Und es soll dabei helfen, dass Familien in finanzieller Not ihre Wohnung also gar nicht erst verlieren, darin wohnen bleiben können. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass es natürlich sehr viel Mühe erfordert, solche Projekte auf die Beine zu stellen. Und es muss auch politisch gewollt sein. Das sagt zumindest Gabriele Schmidt vom Arbeits- und Sozialministerium im Nordrhein-Westfalen. Wenn man Zahlen hat, muss man auch über diese Gruppe sprechen. Dann muss man auch sagen, was machen wir jetzt damit, wenn wir von diesem Problem wissen. Wir sagen dann eben, okay, wir gucken uns das an und sagen, für diese Gruppe muss nochmal was Spezifisches gemacht werden. Und da könnte das und das sinnvoll sein. Oder wir gucken uns den Präventionsbereich näher an, gucken uns da an, wie sind Hilfeleistungen verteilt auf der kommunalen Ebene. Ja, so eine Statistik, die mildert die Situation zwar etwas ab, aber bei NRW muss man schon noch sagen, dass sie nicht erst so weniger Probleme haben mit Wohnungslosigkeit. Zwischen 2011 und 2015 ist dort die Zahl der Wohnungslosen nämlich von knapp 16.000 auf 21.000 gestiegen. Und das, obwohl NRW im letzten Jahr bundesweit die zweitmeisten Sozialwohnungen der Bundesländer gefördert hat. Das heißt, es spielen neben bei einem Problem der Wohnungslosigkeit eben auch Faktoren wie Arbeitsplätze und gut bezahlte Löhne, angemessen bezahlte Löhne eine Rolle. Und das Fazit ist also, dass Wohnungslosigkeit ein komplexes, vielschichtiges Problem ist und deswegen auch nur mit vielen verschiedenen Maßnahmen gelöst werden kann. Wohnungslosigkeit in Deutschland war unser Thema jetzt gerade hier im Grünstreifen. Die Infos kamen von Peter Sawicki. Danke, Peter.